So, liebe Leute, eine neue Woche. Gleich kommt Taff und zwar mit diesen interessanten Themen. Welch herausfordert? Das und noch viel mehr gibt es gleich und zwar hier bei uns. Milchzuckerpunkt. Tja, wir machen ganz anders weiter. Wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee? Milch. Hafermilch. Ah, siehste, ein Extrawunsch. So, haben Sie schon mal gehört, dass jemand seinen Kaffee mit 52 Extrawünschen bestellt? Das ist echt krass. Das ist verrückt, ja. In den USA aber anscheinend der alltägliche Wahnsinn für die ganzen Baristas. Wir haben uns gefragt, wie ist das in Deutschland? Wie reagieren deutsche Kellner auf solche Extrawünsche? It is what it is. Wenn es ihn glücklich macht. Naja, so, heiß, heißer Deutschland. In vielen Regionen soll morgen wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden. Und deshalb ist der Run gerade auf Klimaanlagen in Homeoffice-Zeiten besonders groß. Aber was muss man unbedingt beachten? Taugen zum Beispiel auch schon Geräte für 25 Euro was? Oder muss man doch tiefer in die Tasche greifen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Tja, und manchmal muss man ganz genau hingucken. Denn wer ist das hier hinten? Tom Cruise, richtig, ne? Nein, ist er nicht. Das hier ist ein Ausschnitt aus einem sogenannten Deepfake-Video. Also ein Video, das durch künstliche Intelligenz verfälscht wurde. Ja, und die werden immer mehr zum Problem. Denn plötzlich können sich Menschen als jemand anders ausgeben. Oder man findet sich in einer Situation wieder, in der man nicht sein will. Nee, und das ist ein Riesenproblem, nicht nur für Politiker und Models. Ja, wir machen weiter mit einer echten Zahl. 1,6 Millionen Dollar. So viel verdient Cristiano Ronaldo mit nur einem Werbepost auf Instagram. Nicht schlecht. Ja, das wäre dann tatsächlich mehr, dass er mehr verdient damit als mit Fußball. Aber kann das wirklich sein? Wir haben uns das genauer angeschaut. Ja, wir bleiben noch ein bisschen bei den Promis. Was zum Teufel habe ich getan? Das sagt Katie Price jetzt über ihre letzte Beauty-OP. Was da schiefgelaufen ist und noch mehr Promi-News gibt es jetzt im Tough-Klatsch. Tja, und so geht es hier gleich bei uns weiter. Denn diese Themen haben wir gleich für Sie. Ja, und wenn Sie auf 10.000 Euro stehen, dann sollten Sie jetzt beim Gewinnspiel mitmachen. Da haben Sie nämlich die Chance auf eine Blitzüberweisung in Höhe von 10.000 Euro. Alles zur Verfügung gestellt von Pet Protect, die Tierschutzversicherung. Schutz für deinen Liebling. Rufen Sie jetzt an unter der 01379 788 788 ohne Kennwort, ohne eine Frage zu beantworten. Oder Sie schicken eine SMS an 3x4 3x1 mit dem Kennwort Tough. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Bis gleich. Wenn du besoffen bist, dann gibt dir der Wirt irgendwann kein Bier mehr. Aber wenn du dick bist, kriegst du halt immer einen Burger bei McDonalds. Die neue Staffel Frau Jordan stellt gleich. Ab Mittwoch, 14. Juli. Da sind wir wieder zurück bei Tough mit einem wirklich schlimmen Thema, das oft nicht angesprochen wird, weil die Opfer es verdrängen oder verschweigen. Es geht ums Thema Vergewaltigung. Ja, das ist eine schreckliche Tat des Täters. Punkt. Es ist absurd, aber viele Betroffene geben sich tatsächlich selbst die Schuld. Wie sie ihr Schweigen brechen und wie sie hier einen Weg zurück ins Leben finden, das hat uns Sophia aus Hamburg erzählt. Ja, und stark, dass sie da so drüber sprechen kann. Der Sommer wird bunt, verträumt und er wird vor allem eins, er wird bequem. Ja, mit Street-Style-tauglichen Schlappen sollen wir nämlich laufen können wie auf Wolken und schöne luftige Boho-Kleider beamen uns an die Traumstrände dieser Welt. Hier ist der Tough-Trend. Hast du schön gesagt. Sind wir trendmäßig wieder auf dem neuesten Stand. 1A und jetzt heißt es, an die Konsole, fertig, los. Denn diese Woche haben Sie täglich die Chance auf eins von 40 Gaming-Paketen, bestehend aus einer PS5, eine Xbox Series S und einem Nintendo Switch. Einfach anrufen unter der 01379 788 788 und sofort am Telefon erfahren, ob Sie gewonnen haben oder nicht. Sie können aber auch 2500 Euro gewinnen bei unserem SMS-Gewinnspiel. Dafür einfach eine SMS mit dem Kennwort Tough an 3x4, 3x1 schicken. Ja, und die Preise werden zur Verfügung gestellt von Pet Protect. Das ist die Tierversicherung, ein starker Schutz für Ihren Liebling. Viel Glück und bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei Tough. Der Sommer ist endlich da und das Dating-Leben nimmt auch endlich wieder Fahrt auf. Da kann aber auch einiges schief gehen, ne? Ja, der manche Promi hat wirklich sehr komische Angewohnheiten, wenn es ums erste Date geht. Wer da Grüße vom Klo sendet oder gerne seine Mama mitnimmt, bitteschön. Ich würde meine Mami auch mit zum Date nehmen. Echt, das ist die beste. Schöne Grüße an dieser Stelle. Auch von meiner Seite. Gute Besserung. So, das war schon wieder von uns. Ging schnell rum heute, aber wir sehen uns morgen wieder. Genau.